hallo und ich melde mich zurück mal es wird zwar jetzt kein langes video aber ich werde auf jeden fall bald wieder videos machen und ich habe auch schon wieder einen neuen ets account erstellt also geht ja ganz schnell mit einem knopfdruck oder maus druck und ja gut ist schon ein bisschen aber auch schon zwei lkw es war gerade hier die gabelstabeln wir befinden uns in italien nein ja gut ich wollte noch mal fragen was wollt ihr denn sehen alles ich mache da werden zwischen so ein paar sachen da oben rechts oder so kommt das ja dann könnt ihr auch noch entscheiden ob ich mit den alten account wenn mit den neuen hier machen weil geld ist nicht richtig da haben wir noch noch im skandjahr und alten habe ich mir noch das war es eigentlich schon vom video ja ich kann jetzt nicht behaupten ich hoffe es hat euch gefallen oder so ist ja ein kurzes infovideo mehr gibt es nicht zu sagen wir sehen uns dann einfach beim nächsten video ich hoffe ihr habt eine schöne zeit bis dahin gehabt und danke für 27 abonnenten jetzt leute die machen keine ahnung 100 abonnenten special wir sind einfach mal bedanken dass ihr meinen scheiß guckt und ja wir sehen uns wieder tschüss tschüss tschüss